Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Schütze, heute ist es wichtig, dem Drang zu widerstehen, einen Einkaufsbummel zu machen. Du könntest dich dabei ertappen, wie du impulsiv einkaufst, um eine Leere zu füllen oder andere Bereiche deines Lebens zu kompensieren, die nicht so laufen wie geplant. Statt einer Einkaufstherapie solltest du lieber meditieren, um Klarheit über die wahren Probleme zu gewinnen. Ein Spaziergang oder eine Yoga-Praxis können Wunder für deinen Geist bewirken und mehr Nutzen bringen als jeder Besuch im Einkaufszentrum. Die heutige Ausrichtung der Planeten kann zu Spannungen in Bezug auf deine Wünsche führen. Wenn du diese Spannungen ignorierst, führt das nur zu wachsender Frustration. Es wird empfohlen, dass du verschiedene Aspekte deines Lebens selbst in die Hand nimmst, zum Beispiel deine Ernährung, dein Sportprogramm und deinen Tagesablauf. Wenn du dich ausreichend ausruhst, beeinflusst das deine Einstellung zum täglichen Leben. Warum also nicht deine Schlafenszeit regulieren und morgen auf der richtigen Seite des Bettes aufwachen? Emotionale Beziehungen sind heute sehr wichtig. Es ist wichtig, daran zu denken, dass die Menschen in deinem Team und die, mit denen du beruflich zu tun hast, alle mit den Herausforderungen der Pandemie zurechtkommen müssen. Wenn du diese Perspektive einnimmst, wird dein Umgang miteinander effektiver. Auch wenn die heutige Energie keine besonders schwierigen Umstände mit sich bringt, kann es sein, dass du dich über ein bestimmtes Problem in deiner Beziehung ärgerst. Trotz deiner Verärgerung setzt du vielleicht weiterhin ein Lächeln auf und tust so, als ob alles perfekt wäre. Doch die Unaufrichtigkeit ist offensichtlich, und dein Partner kann sie spüren. Für eine echte und gesunde Beziehung ist es besser, ehrlich zu sein, als eine Fassade aufrecht zu erhalten. In der kosmischen Konstellation dieser Woche ist das Universum günstig positioniert, um dir einen möglichen Geldsegen zu bescheren. Diese Woche bringt die aufregende Aussicht auf finanzielle Segnungen aus unerwarteten Quellen. Bleib offen für neue Möglichkeiten und Veränderungen und sei wachsam für glückliche Momente. Vertraue auf deinen Instinkt, wenn du finanzielle Entscheidungen triffst, egal ob es sich um einen Überraschungsbonus bei der Arbeit, eine lang erwartete Zahlung oder einen unerwarteten Glücksfall handelt. Nimm diesen Zufluss an finanziellem Überfluss mit Dankbarkeit und verantwortungsvoller Finanzplanung an. Das Universum bietet dir die Chance, deine finanzielle Situation zu verbessern, also mach das Beste aus diesem kosmischen Geschenk. Mercurs Verbindung mit dem Südknoten des Schicksals in der Waage zeigt an, dass es zu erhöhtem Stress und unerwarteten Ängsten kommen kann. Bevor du auf Situationen heftig reagierst oder den Stress eskalieren lässt, solltest du einen Schritt zurücktreten und mit Atemübungen deinen Geist beruhigen. Dieser Moment der Selbstreflexion und Entspannung kann dazu beitragen, dass die Angst nicht überhand nimmt. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die 2 der Kelche steht für Liebe, Partnerschaft und eine tiefe Verbindung mit einer anderen Person. Diese Karte deutet darauf hin, dass es heute um Beziehungen geht, ob romantisch oder anders. Sie steht für eine Zeit der Harmonie, des gegenseitigen Verständnisses und einer starken emotionalen Bindung. Die 2 der Kelche ermutigt dich, die Verbindungen in deinem Leben zu schätzen und die Liebe und Unterstützung, die du von anderen erhältst, zu würdigen. Sie erinnert dich daran, dass ihr eure gemeinsamen Ziele erreichen könnt, wenn ihr in Harmonie zusammenarbeitet. Neben der 2 der Kelche haben wir den Wagen. Diese Karte steht für Entschlossenheit, Willenskraft und den Drang, voranzukommen. Sie steht für eine Zeit, in der du die Kontrolle über deine Umstände übernimmst und sie in die von dir gewünschte Richtung lenkst. Der Wagen lädt dich dazu ein, deine innere Stärke und Willenskraft zu nutzen, um Herausforderungen und Hindernisse zu überwinden. Es erinnert dich daran, dass du die Fähigkeit hast, dein Leben in die Richtung zu lenken, die du dir wünschst. Als letztes haben wir die 5 der Stäbe. Diese Karte steht für Wettbewerb, Konflikte und die Notwendigkeit, Herausforderungen innerhalb einer Gruppe zu bewältigen. Sie steht für eine Zeit, in der du mit Meinungsverschiedenheiten oder Interessenkonflikten konfrontiert wirst. Die 5 der Stäbe ermutigt dich, einen Weg zu finden, Konflikte und Konkurrenz zu bewältigen, ohne deine Ziele aus den Augen zu verlieren. Sie erinnert dich daran, dass Meinungsverschiedenheiten zu Wachstum und Innovation führen können, wenn sie effektiv gehandhabt werden. Die 2 der Kelche, der Wagen und die 5 der Stäbe ergeben zusammen eine Kombination aus harmonischen Beziehungen, Entschlossenheit und dem Bedürfnis, Konflikte zu bewältigen. Lass dich heute von der Energie der 2 der Kelche inspirieren, indem du die Verbindungen in deinem Leben schätzt und die Beziehungen pflegst, die dir am wichtigsten sind. Finde Harmonie und gegenseitiges Verständnis in deinen Interaktionen. Gleichzeitig verkörpere die Energie des Wagens, indem du die Kontrolle über deine Umstände übernimmst und dein Leben in die Richtung lenkst, die du dir wünschst. Nutze deine Entschlossenheit und Willenskraft, um Herausforderungen zu meistern. Kanaliere die Energie der 5 der Stäbe, indem du Konflikte und Konkurrenzkampf innerhalb einer Gruppe meisterst und dich dabei auf innovative Lösungen konzentrierst. Denke daran, dass Meinungsverschiedenheiten zu Wachstum führen können, wenn sie effektiv gehandhabt werden. Diese Deutung steht für einen Tag der harmonischen Beziehungen, der Entschlossenheit und der Notwendigkeit, Konflikte zu bewältigen. Mach dir die Energie der 2 der Kelche zunutze, indem du deine Beziehungen pflegst. Nutze die Entschlossenheit und Willenskraft des Wagens, um deinen Weg in die Hand zu nehmen. Nutze schließlich die Weisheit der 5 der Stäbe, um Konflikte effektiv zu bewältigen und innovative Lösungen in einer Gruppe zu finden. Denke daran, dass du den Tag mit einem Gefühl der Erfüllung und des Fortschritts in deinen Beziehungen und Zielen bewältigen kannst, wenn du harmonisch zusammenarbeitest, die Kontrolle über deinen Weg übernimmst und Konflikte mit dem Fokus auf Wachstum löst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017